Mann Junge, hör auf zu laggen! Toll! Power! Zum Glück hast du die Blume sind schon da. Blblblblblblbl und dann tot, weil du behindert lagst. Halt dein Maul hier! Was ist dein Gieses weg? Hamachi-Server? Mein Hamachi-Server. Ein Hamachi-Verbindung, Dings. Mein Hamachi-Verbindungsdicks. Das ist Dein Hamachi- Was war das denn? OOOH OHHH That's war Skill! Das war Skill. Ich habe immer so eine Skill-Leiste, weißt du? Und für den Trick war die ganz aufgebraucht und deswegen bin ich reingekommen. A-K-A-Mana. Ja, genau so war das. Ich knall mir eben Mana-Trang rein, ey. Haben wir auch irgendwie sowas wie einen Bildungsauftrag oder so? Ja, aussuchen. Jo, Kinder, Drogen sind schlecht und Alkohol auch. So, Bildungsauftrag erledigt. Hast du noch was zu sagen? Ich kann was zur Fotosynthese erzählen. Mach das. Nein. Wollen wir mal über Frau P. zerziehen? Nein. Würde ich auch nie machen. Nein, weil sie deine Lieblingslehrerin ist. Ich wusste es. Hast du sie auch in Leistungsforce? Ja, und du nicht. Nein, ich habe den Grundforce, das reicht. Also, ich hätte gerne auch noch Leistungskurs, beides, ne? Aber man kann ja nicht alles haben, oder? Was hast du eigentlich als zweiten Leistungskurs? So wie großen Mario oder einen lebendigen geht auch nicht immer. Ähm, Info und Mathe. Mathe. So richtig, ein auf Nerd. Eigentlich hätte ich Info und Physik nehmen sollen. Ja, das wäre richtig gut. Was wenn noch... Randalier doch nicht. Das war meine Katze. Meine Katze ist übrigens heiser. Warum das? Sie war im Keller irgendwie... Also sie ist durch den Garten in den Keller gegangen und hat dann nicht wieder rausgefunden und irgendwie... Keine Ahnung. Richtig laut geschrien für zwei, drei Stunden. Och, die arme Muschi. Und jetzt die Heiser. Den Panzer hättest du gebrauchen können. Ich weiß. Hättest du dir das ersparen können. Und das auch. Ich glaube... Juhu! Ich glaube, das Level schaffen wir nicht mehr. In den nächsten zwei Stunden. Und wenn ich jetzt sterbe, ne? Oder in den nächsten... Toll. Das war ein Fahrrad. Ja, egal. Wir haben die Level schon mal gespielt. Dann brauchen wir nicht noch mal machen. 100%. Boah, halt dein Maul. Nicht 100%. Jedes, jedes Level einmal gespielt. Ja. Mit Flöte. FUUCK! Ich glaube, du bist tot, ne? Oh, Continuum. Kannst auch Quirten machen. Das kann auch nicht, ob du mitspielst, oder? Halt deinen Mund. Halt einfach deinen Mund. Bitte. Oh, du bist ja sozial geworden. Mund. Und sogar bitte. Hast du die Wuhre, Mann? Was für ein hübsches Pilzhaus. Ey, ich krieg immer nur ein Pilz. Soll ich mal den Pilzbügel verschwenden? Nein. So. Jetzt kommt Skill. Weil du tot bist. Ich wollte nur, dass du stirbst. Weil ich kann das ja eigentlich alles. Weißt du ja, ne? Ja, ich weiß, dass du das alles kannst. Was war das denn? Was war... Alter! Gott. Soll ich dir erzählen, wie lange wir aufnehmen? Ja, bis da. Ja, neun Monate. Nee, ich mein jetzt. Achso. Das kann ich dir auch sagen. Ungefähr 30 Minuten. Nehmlich. Ui, ja stimmt. Kommt hin. Was? Haha. Nur noch zwei Level machen. Oh, das beste Level. Das Schöne mit der Sonne. Ja, das mit der Sonne fand ich gar nicht so schlimm. Da bin ich nicht einmal gest... Das ist das Schöne, der Schloss, oder? Der Schloss ist so schön mit den beiden schönen Schülkröken. Wap. Wappa. Un, dos, tres. Und was du mit dir gehst? Ich hör nur Spanisch in Hip-Hop. Ja. Spanisch in Hip-Hop. Okay. Okay. Ja. Ich weiß. Ich bin froh. Da hat... Das war der Spanische Hip-Hop. Scheiße. Was? Haha. Komm, wie will ich mich ab? Gönn dir. Feindlich, ey. Alter, so weit ich gestimmt bin, habe ich noch kein Level geschafft. Kann das sein? Ja. Was war das? Telefon schell mal aus. Telefon-Power, Mann. Heftig. Hat dich das jetzt so abgelenkt? Ich hab, ich denk so... Wollen wir nochmal in die erste Welt Flöte holen? Weil zweite haben wir ja schon gemacht. Haha. Da musst du die zweite Welt komplett nochmal machen. Egal. Ich hab ein Pizzos. Nee, das hol ich mir jetzt. Ja, da oben ist ja eins für dich. Nicht durch die Röhre, ne? Warum nicht durch die Röhre? Nein! Nein! Jetzt muss ich wahrscheinlich noch mal ein Pizzos holen. Ah, ich find das schon wieder richtig lustig. Richtig UNNUTZIELF von dir! Verdammt! Der Hacke! Welche Axt? Pickaxe. Pickaxe von Minecraft? Notch. 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 Pickaxe. Diamond Pickaxe. Ist ein Easter Egg bei Skyrim, ne? Nein! Notch. Pickaxe. Gib es. Bei Skyrim. Das ist einfach eine Spitzhacke. Das ist ein Easter Egg für Minecraft. Notch! Kennst du Notch nicht? Das ist dieser Mensch, der das erfunden hat. Beziehungsweise programmiert. Die Idee hat er ja sich von einem anderen ähnliches Spiel inspirieren lassen. Weiß ich gar nicht mehr. Worauf gab es das schon ein, zwei Jahre vorher? Kannst du mir was über den Zweiten Weltkrieg erzählen? Ja. Und was? Da wurden ganz viele Juden dekontaminiert. Oder soll ich sagen ermordet? Oder soll ich sagen ermordet? Desinfiziert, ja. Nein. Also war auf jeden Fall ziemlich grausam und ja. Passiert nicht wieder. Spürst du? Also wenn ich eine andere mache, dann passiert das nicht wieder. Dass Deutschland verliert. Hä, wo bist du denn? Ach so, da. Ach, das Level hatten wir ja schon. Ach, Mann. Ja. Und ich muss... Ich kann ja zu dir kommen, ich muss ja die Level gar nicht normal machen. Das ist ja schön. Das ist ja schön. Das ist ja schön. Was ist schön. Dass ich die Level nicht normal machen muss alle. Ach. Aber du hast ja so einen Level machen. Ja, das ist ja easy. Mach mal gleich die Level. Ey, das ist ja easy. Benutze mal deinen P-Wing. Doch. Nein. Damit wir das vielleicht mal schaffen. Verdammte. Verdammte. Du regst dich voll unschön auf. Du musst richtig schreien. Und dann kommt deine Mutter rein. Alles okay, Maxi? Ah. Und dann musst du erstmal in ganz schneller Not dich muten. Und dann erklären, ja, Mama, wir machen gerade Let's Play. Ich kann jetzt nicht. Und dann fragst du, was ist denn ein Let's Play? Und dann musst du das noch erklären. Und währenddessen fang ich an, mit mir selbst zu reden. Dann frag sie, wieso ich sie nicht fange. Ja, sicherlich. Ja, genau. Wow. Das ist so unfair heute, ne? Du hast Glück und du kannst gar nicht spielen eigentlich. Ich bin wie der Elefant im Porzellan-Laden. Am falschen Platz? Erkennst du den Spruch nicht? Der ist aber auch nicht unpassend gerabel. Doch. Ja, aber deswegen. Ich dachte, er hat irgendein andern Sinn. Was Lacker. So ein Lacker. Guck doch noch. Fucken schnitt. Ja, du bist viel zu früh gesprungen. Eigentlich musst du an einem 45-Grad-Wegel springen. Damit du einen Stern kriegst. Ja, egal. Ich krieg ein Pilz aus, auch ohne springen. Wollen wir nicht vielleicht Level 5 versuchen? Freust du dich gerade? Ja, komm, wir machen. Aber 4 müssen wir auch schaffen. 100 Prozent. Was? Ich hab's gesagt, ey. Jetzt geh in Level 4 und benutze einen P-Wing. Ja, du hast geschafft das Level jetzt. Was denn da los? Was denn da los? War da Giese am Werk? Nein. Wir haben schon lange keine Witze über Kai mehr gemacht. Oh. Hä? Wer war's? Ach so, ich krieg gerade eine Nachricht von Mirko. Über unseren lieben Mr. Swag. Der hat da wirklich eine Nachricht über Mr. Swag geschrieben. Also über Giese, ne? Also über Giese, ne? Weiß ich dort nicht. Komm unten rechts, irgendwas mit Giese ist. Giese ist, sondern ganz viele sensierte Zeichen. Verständlich. Habe ich noch irgendein Item? Ja! Ja. Was heißt Item? Halt dein Mord wohl. Es wird doch alles veramerikanisiert und so. Kannst du den Köten, ey? Mit den... Okay, das ist schlau. Das wird Ironie, weißt du? Weil das ist gar nicht schlau. Jetzt kannst du den dagegen schießen. Da ist ein Item drin. Egal. Und du kannst da sogar unterlaufen. Ja, weil ich wie Kai bin. Obwohl, ich komm noch nicht ganz ran an Kai. Das war gar nicht auf Kai. Ja klar, Kai kommt nur nicht ran an dich. Ja. Der war gut. Der war gut. Das nächste Mal müssen wir Witze über eine andere Minderheit machen. Kai ist ja schon die kleinste Minderheit. Ja, dann über andere... Weiß nicht. Irgendwas anderes. Weil über kleine Witze sind zwar okay, aber... Aber? Hier. Hahahaha! Hä? Ach. Hahaha. Ich find das gar nicht lustig. Ich hab... Ich hab... Ich hab'n langen Schwanz. Und... Und hier im Spiel hab' ich grad noch einen Waschbändenschwanz. Ihr müsst wissen, Maxi ist schwarz. Hahaha. Das stimmt. Das exeret einiges. Da musst du einen Panzer reinwerfen, Mann. Damit... Panzer? Wo krieg' ich den her? Da. Da ist er. Das war kein Panzer. Das ist ein Schildkrötenhaus. Panzer schießt und fährt. Und das war'n... Ey! Oh! Ey! Jetzt hab' ich dir das... Mein langen Schwanz ja ganz hungrig verloren. Was hast du? Ja. Weil das Level war schon vorbei. Hätt' ich gar nicht mehr den Passant reinschmeißen müssen. So, bevor Maxi anfängt zu reden, mach' ich jetzt hier noch einen Schnitt. W Sl spoiled! Blue! Between미 Moratorium